bastelzeit oder heute eher gesagt so unsere eigene art von sendung mit der maus ja standardmäuse kennt man wahrscheinlich so aus dem büro die hier stammen aus meiner werkstatt das ist einmal die maus die ich die ganze zeit nutze und meine ersatzmaus und ja beide sind gerade kaputt mir fehlt aktuell auch die motivation eine neue zu organisieren also gucken wir einfach mal ob man die hier wieder hinkriegen gehen erstmal durch was haben die für fehler die hier die ersatzmaus die klappt prinzipiell klar fehlen glidepads und so aber für eine werkbank reicht die noch problem an der hier das mausrad funktioniert vorne und hinten nicht gar keine reaktion drauf das heißt also das müssen wir nachgucken ob man das mausrad noch mal in gang bringen und die hier das ist meine hauptmaus die hat ein anderes problem und zwar hat sie immer mal wieder so ein bisschen gezuckt wenn ich bewegt habe bis sie dann irgendwann nicht mehr gezuckt habe und rauch raus kam ja okay das ist mal neue fehlermeldung rauch aus der maus naja es ist aber relativ eindeutig wo der rauch herkam hier am kabel ist ein loch drin ich gehe mal davon aus da gab es irgendwie ein kabelbruch und plus und minus hat sich zusammen da verbunden kurzschluss erzeugt und sich dann hier durch das kabel geschmolzen gut ich würde sagen wir fangen mit dem mausrad an das klingt so als ob man das relativ flott hinbekommen also legen wir die mal auf seite und schauen dass wir hier raus kriegen üblicherweise eine schraube ich glaube die andere hat sogar drei schrauben ist so eine standard maus halt nicht wirklich schön aber funktioniert zuverlässig und üblicherweise auch ohne größere probleme wenn wir aufmachen sieht schon mal ganz gut aus bisschen staub drin gleich mal ausblasen aber interessanterweise hier nix denn ja das hätte ich jetzt eigentlich vermutet wenn wir von oben rein gucken können wir sehen durch das mausrad kann man so ein bisschen durch gucken da sind eigentlich so kleine linien drin und was es dann gibt ist auf einer seite und sie rausholen zack auf einer seite eine leuchtdiode auf anderer seite ein fotosensor und so funktioniert das dann die dann gucken wie das geht oder es müssten sogar zwei fotosensoren eigentlich sein denn wir müssen ja rechts und links also zwei stück mindestens haben um entsprechend raus zu kriegen in welche richtung gerade gedreht wird gut ich sehe jetzt nichts direktes defektes ich würde sagen das baden wir erst mal eine runde und danach gucken wir einfach mal ob es dann wieder funktioniert normalerweise sollte man das nicht so machen wie ich das hier mache weil alkohol kann das mausrad anfangen aufzulösen aber ganz ehrlich ich glaube wir haben da andere probleme aus ein mausrad ich sehe auch schon die habe ich wohl schon mal versucht zu reparieren da steckt nämlich irgendwie ein draht drin hier um dieses einrasten da hinzubekommen na gut ich suche mal gerade hier mein wichtigen und dann gucken wir weiter maus nummer eins ist damit schon mal wieder einsatzfähig da das heißt ich kann jetzt endlich wieder hier auf meiner werkbank klicken aber bei mir noch eine zweite gucken wir mal wie wir die wieder in gang bringen so die werde ich jetzt vorher sinnvollerweise nicht testen weil wie gesagt hier ist schon ein loch drin aber wir können sie zerlegen in dem fall hier drei schrauben ist glaube ich ein neueres modell rx 250 und die andere ja ok streichen wir das mit der anderen also zerlegen wir auch die ich hoffe einfach dass wir schlicht und ergreifend das kabel kürzen können und dann drinnen wieder irgendwie ja wahrscheinlich anlöten oder verlängern sogar da wird wahrscheinlich auch ein stecker drin sein mal gucken aber dadurch dass es ja direkt hier gebrochen ist gehe ich nicht davon aus dass wir nennen es jetzt kabellänge verlieren von daher ist das denke ich nicht so ein großes problem und wie sieht die hier von innen aus wahrscheinlich genauso dreckig wie gesagt hier wird schon ein bisschen mehr verwendet bisschen staub aber nichts nennenswertes und hier sehen wir auch das ist sogar anscheinend eine neuere variante die hat nämlich auch die möglichkeit das mausrad zur seite zu kippen und somit rechts und links zu scrollen ok und ich sehe keinen stecker ich sehe auch nichts wie ist das hier fest das ist geklebt das sehe ich noch jetzt den kram rausheben ja können wir ok ist direkt angelötet das macht es natürlich einfacher ich flute auch das hier einmal mit alkohol dann schneiden wir es gleich hinten ab löten es weiter drinnen wieder dran und dann hat sich das thema wahrscheinlich relativ flott erledigt so wenn wir hier mal gucken da haben wir die kaputte stelle am kabel und ich denke man kann es schon so ein bisschen erahnen wenn wir da reingucken da ist was rotes zu sehen also das wird die plus leitung gewesen sein die sich dann da irgendwie durch geschmolzen hat nachdem es ein bisschen viel geknickt wurde na gut schauen wir uns das board dann noch mal an wenn wir es eh schon mal hier haben hier einmal den eingang ok nichts besonderes dann haben wir hier in der mitte dieses plastikteil das ist die eigentliche linse hier hinten und hier vorne da wird dann die led nach unten reflektiert das sieht auch alles so gut aus ansonsten hier unten auf der seite keine bauteile wie wir sehen das heißt also alles einseitig bestückt und nicht nur einseitig bestückt sondern auch wenn wir rund drehen auch nur einseitig leiterbahnen das ganze basiert auf diesem chip hier c y 7 c 6 3 8 1 3 c y und das logo ist und cypress cypress semiconductor ist so oder war zumindest früher mal immer der go to wenn es darum geht irgendwas mit usb zu machen die hatten da immer sehr viel zeugs da das hier wenn wir uns das datenblatt angucken ist ein low speed usb peripheral controller also so eine art mikrocontroller mit usb mit en core enhanced component reduction also möglichst wenig komponenten außenrum und typical applications sind pc hd device explizit auch mäuse erwähnt überraschung das ist eine maus ansonsten halt ein bisschen peripherie außenrum paar spulen paar widerstände die led hier die dann am ende dafür zuständig ist das licht nach unten zu machen das ist das rote was man meistens sieht wenn er keine laser maus habt oder so dann haben wir hier den eigentlichen sensor da können wir auch schon was erkennen und zwar 5020e wird hergestellt wohl von avago technologies und überraschung ist ein optical mouse sensor also ein positionsgeber mit optischer basis der sitzt entsprechend natürlich auch über dieser aussparung so dass er nach unten gucken kann nach unten hat er den eigentlichen sensor hier mal weg machen können wir da sehen da ist so ein kleines löschelchen und da sitzt im prinzip eine art kamera drin die dann guckt was da unten ist so ich sehe gerade sogar in plastik ist das logitech logo drin gut ansonsten was haben wir noch hier wir haben noch jede menge peripherie kram widerstände kondensatoren und so weiter und dann hier oben den bereich mit den ganzen tastern wir sehen relativ viele taster wir haben einmal den hier für den links klick den hier für den rechts klick dann haben wir den hier der wird betätigt wenn das mausrad gerade ist ist der mittel klick oder mausrad klick und dann die beiden hier wie eben schon gesagt wenn das mausrad zur seite kippt werden die beiden gemacht plus hier die optischen ich vermute optischen encoder haben also hier eine led hier einen fototransistor müsste das wahrscheinlich sein und ja viel sehen kann man ja doch ich weiß nicht ob man es sehen kann aber das hier ist so ein halbtransparentes gehäuse da kann man so ein bisschen durchgucken das heißt also wird infrarot sein und dann hier drin werden sich zwei receiver befinden die dann entsprechend durchschalten wenn da was ist und weil es so ein schönes beispiel ist gehen wir mal eine runde theorie machen wie funktioniert denn hier so ein mausrad gucken erst mal auf die bauteile die wir haben wir haben außenrum das eigentliche rad wo wir dann auch mit unserem finger entsprechend darauf hin und her fahren wir haben in der mitte von dem rad diese lamellen da sehen wir den hintergrund durch das ist also irgendwie so halb durchsichtig ein bisschen dann haben wir den eigentlichen die eigentliche halterung sage ich mal das heißt also diese beiden beinchen nach links und rechts die zur mitte gehen da hängt das rad eigentlich dann dran das ist also quasi das lager so dass das nicht irgendwie auf dem boden von der maus rum schleift und was wir auch noch haben wir haben auf der innenseite von dem rad so eine gewählte form und oben sehen wir dann in der mitte eine kleine metallkugel die von einer feder nach oben gedrückt wird und das gucken wir uns dann auch als nächstes an wofür ist diese kugel um diese wellenform naja das ist relativ einfach bei den meisten mäusen wenn ihr euch die vor nehmt und versucht das mausrad zu bewegen dann merkte das rastet so in gewissen intervallen ein und genau dafür ist diese kugel da die kugel wird von der feder nach oben gedrückt in eine von diesen rundungen die ein bisschen weiter nach außen sind wenn wir jetzt anfangen zu bewegen dann müssen wir jetzt erst die kugel nach unten drücken also die feder zusammen drücken das geht natürlich ist ja kein problem ist ja alles abgerundet aber es ist ein bisschen widerstand das ist das was man fühlt wenn man versucht zu scrollen wenn wir dann ein bisschen weiter drehen dann kommen wir über diese kuppel drüber die feder tut ihr ding drückt die kugel nach oben ist ja alles rund das mausrad geht ein bisschen weiter und die kugel landet wieder in der nächsten kuhle und ja das ist das nächste einrasten das heißt diese kugel und die feder sind einfach nur fürs einrasten da und damit würde ich sagen nehmen wir mal hier dieses ganze gestell und kugel ding einfach auf seite dann können wir besser sehen und konzentrieren uns nur auf das rad und vor allen dingen ja wie kriegen wir denn raus ob sich das rad bewegt und in welche richtung sich das rad bewegt und das hier das ist eine relativ bekannte sache das ist nämlich ein sogenannter inkremental geber oder auf englisch rotary encoder ein inkremental geber das ist ein system womit wir relative positionen messen können das heißt also wir können sagen okay wir bewegen uns mit der geschwindigkeit in die richtung wir können aber nicht sagen okay wir sind genau an dieser einen position das kann man bei einigen sachen auch nachrüsten indem man dann sagt okay wir machen irgendwie mal eine kalibrierung dass man zum beispiel sagt okay man fährt irgendwo gegen einen end schalter oder so bei einer maschine und solange man dann die ganze zeit die bewegung erfasst weiß man dann auch wo man ist aber wir haben hier ja nur den inkremental geber der kann also keine position und wir haben für scrollen ist es ja auch egal wir müssen ja nicht wissen wo wir sind einfach nur in welche richtung und wie schnell wie kriegen wir das also raus naja nehmen wir das rad mal weg dann haben wir diese zwei kleinen punkte hier unten das sind zwei optische transistoren in dem fall hier das heißt also zwei licht empfänger und unsere kamera ist quasi die led haben wir eben ja gesehen da ist eine led auf der einen seite und dieser block auf der anderen seite das ganze läuft nicht mit sichtbarem licht üblicherweise mit infrarot licht aber im prinzip könnt ihr euch das wie ein licht vorstellen und an der stelle kommen dann hier diese lamellen in der mitte ins spiel wenn wir jetzt nämlich drehen dann achtet mal darauf wir können da was sehen ja was wir sehen können sehen natürlich auch die encoder die sehen in einer gewissen reihenfolge das licht durchscheinen oder eben von einer dieser lamellen dass es geblockt wird wenn wir jetzt das mal hier so ein bisschen aufschlüsseln dann sehen wir okay da ist auch irgendwie eine reihenfolge drin erst a dann a b dann nur b und dann empfängt keiner mehr licht und das wiederholt sich dann immer wieder das heißt eine von diesen a a b b und nichts sequenz ist quasi eine lamelle die hier durchläuft allerdings nur solange wir hier in dieser eine richtung drehen denn wenn wir jetzt mal die andere richtung einlegen sieht das ganz anders aus nämlich so wir kriegen erst b dann b a dann a und dann nichts also genau rückwärts das ganze und das ist auch der trick weswegen wir zwei brauchen so dass wir diese unterschiede haben kommt erst b oder kommt erst a dadurch können wir rauskriegen in welche richtung sich das ganze dreht und ja wie schnell das ganze ist sehen wir dann entsprechend dadurch dass die lamellen vorbeikommen das heißt je schneller bei uns diese wechsel kommen zwischen a und b und beide desto schneller müssen wir scrollen und dieses prinzip mit den a und b das ist auch wie gesagt nicht auf die maus beschränkt das gilt für so ziemlich alle inkrementalgeber die findet man auch an vielen anderen stellen zum beispiel irgendwie als positionsüberprüfung für motoren oder auch relativ bekannt sind die rotary encoder in hardware form die man zum beispiel hat um irgendwie durch menüs dadurch zu scrollen werden zum beispiel beim arduino auch eingesetzt da ist es dann teilweise so dass es nicht optisch läuft sondern elektrisch irgendwie mit bürsten oder irgendwas aber das prinzip ist dasselbe wir haben zwei stellen wo wir messen haben irgendwas was dazwischen ist was das licht abhält oder isoliert bei elektrischen sachen und durch die reihenfolge können wir dann auswerten wohin und wie schnell wir uns drehen so und das ist im prinzip das komplette geheimnis hinter so eine mausrad fehlen jetzt natürlich ein paar sachen wie gesagt viele kann man tippen also dass man es runter drückt und dadurch eine taste auslöst teilweise kann man es auch kippen nach links oder rechts was auch einfach nur tasten auslöst aber wie schon gesagt je nachdem wohin wir runter drücken oder zur seite drücken drücken wir halt einfach einen tast da und der übermittelt das dann also auch nichts komplexes für uns aber relevant ist das kabel das ist wie wir gesehen haben hier angelötet fünf kabel das heißt rot und schwarz ist plus minus weiß und grün sind die beiden datenleitungen für usb 1 und usb 2 und in schwarz haben die schirmung die ist einfach dann auch mit minus verbunden so wie das hier aussieht da sieht man auch so die überreste von dem ground sternchen wir gucken hier geht es rüber hier hoch geht es und dasselbe hier bei ground da geht es auch hier hoch auf die große ground plane ok ja viel ist dazu nichts zu sagen dann löten wir die hier einfach ab kürzen das kabel entsprechend an der nicht schadhaften stelle hier isolieren bisschen ab und dann sollte auch die gleich wieder funktionieren also gucken wir mal ob man das dann wieder hier eins laufen kriegen wenn wir das zusammensetzen hier wieder so komisch verknickt nach draußen was natürlich heißt dass das irgendwann wahrscheinlich wieder da brechen könnte denn eine wirkliche zug entlastung oder zug entlastung nicht aber knick schutz oder sowas haben wir hier halt absolut nicht aber ich habe noch was kabel von daher wird schon schief gehen so das mausrad wieder einsetzen warum war das das war so rum rechts links mitte ok das sieht gut aus dann bauen wir das doch mal wieder zusammen und hoffen dass sie jetzt wieder funktioniert also die hatte ja drei schrauben deswegen nichts zum einhängen auf der seite das kriegen wir wohl hin ok dann gehen wir die mal testen und auch das sieht gut aus wir haben ein licht wir können die maus bewegen wir können klicken wir können scrollen also auch diese maus wieder in ordnung so und da sind die beiden mäuse beide wieder voll funktionsfähig finanziell hat es sich wahrscheinlich mal wieder nicht gelohnt ich meine wie viel kostet so eine maus drei vier euro vielleicht wenn es hoch kommt aber naja ich bin hier in der bergstadt ich wollte jetzt damit arbeiten und nicht warten bis dass da eine geliefert wird oder ich durch die gegend fahre um irgendwie zu gucken in welcher kiste noch eine drin liegt und ich meine man muss ja auch bedenken die dinger die sind keine ahnung 10 jahre 15 jahre also dürften schon ein bisschen was auf dem buckel haben hier so war nicht viel arbeit jetzt sind sie beide wieder sauber oder so sauber wie es geht haben natürlich jede menge kratzer aber kein dreck mehr drauf voll funktionsfähig und mehr als ausreichend für die werkstatt und ich denke auch da werden sie jetzt mal wieder ein paar jährchen das tun was es soll so 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 so